willkommen zu einem short review let's view und wir schauen uns an den tomats action figure digest der tomat ist ein amerikanisches action figuren magazin mittlerweile auch schon etwas älter ich glaube es gibt ihn aktuell auch nur noch digital da werden die neuesten toys vorgestellt aber auch etwas ältere schauen wir uns einfach mal an das ist jetzt die nummer 194 und 95 so eine doppel ausgabe und ich kann euch schon sagen ist aus dem jahre 2010 also schon elf jahre alt ja gut zu sehen vorne randy savage der macho man oh ja wir kennen seinen spruch und die boba fett saga mit um boba fett geht es passend im dezember kommt boba fett mit seiner eigenen action live serie der book of boba fett ein ableger von the mandalorian heraus also passt es doch bestens dass wir uns einmal diesen action figuren digest angucken ja fangen wir an zu blättern hier könnt ihr unten sehen aus dem jahre 2010 und die themen auch schon vorhanden worum es alles geht hier auch eine schöne werbeseite für die vintage empire strikes back figuren eigentlich sehr schön aufgemacht prinzessin leia und han solo aus dem film tolles diorama und auch die action figuren eben halt klassische blister card figuren etwas modern und neuer interpretiert ich überlege gerade ob ich mir da oder ich habe ich das gefühl ich müsste mir prinzessin leia in diesem outfit neu kaufen eine alte erinnerung wo ich die klassische kenner figuren 1900 auch was war das 83 bekommen habe er kam zurück die muss ich mir glaube ich besorgen einfach nur als erinnerung ja da wollen wir mal uns anschauen wie es weitergeht so how to drain your dragon action figuren dreamworks liegt jetzt nach dem ersten teil aus auch ein junger hicks und ohne zahn auch sehr schöne figuren plüschfigur kleine action diorama große mit try me hier eine wunderbare werbung von tnr wrestling das ist auch dort dies ganzen ja action figuren gibt ich bin jetzt kein großer wrestling experte hok hogan erkennt man immer wieder mit seiner hokamania das ist sting und das sieht nach van damm ja irgendwo so ähnlich namen weil er sah es war john club van damm ähnlich und wurde deswegen gerne genommen haben auf jeden fall eine sehr sehr schöne werbung so nächste seite ja hier haben wir schon zwei absolut tolle figuren defining moments einmal randy savage und sean michaels absolute klassiker toll geworden sehen auch richtig klasse aus also die gesichter sind sehr sehr akkurat oder was soll ich sagen akkurat sind sehr ja man erkennt die figuren wieder richtig schön zum hin stellen so was haben wir da rechts ein paar news spider-man the musical spider-man turn of the dark musik wurde von bono and the edge von youtube geschrieben nach einem buch das sich so lohnt als bei der musical ich weiß nicht ob ich es haben muss auf jeden fall sehr sehr interessant anzuschauen so nächste seite ja so kleine mini wwf rumblers figuren glaube ich heißen die hier wenn ich das richtig von der werbeanzeige sehe charaktere gesagt ich glaube nur das ist john cena der rest und das ist hunter and samstay der rest der figuren kann ich so nicht identifizieren aber da stehen welche da steht cm punk r-truth ray mysterio der gute ray mysterio ist so ein klassiker john morrison sagt ich bin da ein bisschen raus bei den neun john cena jamis triple h und schau michaels nach schau michaels sieht er nicht gerade nach schau michaels aus ok hier sieht er schon ein bisschen ja gut kopf kann man drehen ja bisschen comic artig gewöhnungsbedürftig aber egal ist ja nicht schlecht so dann eine werbeanzeige von diese universe wave 16 wahnsinn ein paar schöne figuren riddler ja und hier kommt dann schon das 32 years saga auf rocket firing boba fett es geht um den boba fett der eine rakete abschießen konnte ja in der mandalorian serie hat das ja endlich getan haben gesehen wie er da die rakete abschießt die actionfigur sollte es ursprünglich haben ja hat er es nicht und hier sehen wir schön prototypen ich hoffe wenn ihr euch das anhaltet das bild könnt ihr die geschichte lesen ich habe sie jetzt nicht vorab gelesen ihr seht ihr auch das schöne werbeanzeige auch hier hinten das glaube ich noch bild daneben bevor danach auch so die prototypen auch richtig schön gemacht man merkt richtig wie sie so damit gespielt haben hier ist auch noch das visier scheinbar unten was ja später gar nicht so ist auch ein bisschen einfacher boba fett wie ihr hier seht auch interessant eben halt die prototypen wesentlich mehr handarbeit wie geht es weiter hier kann man auch immer so schön sehen wie sie sich das vorgestellt haben diese action und die karten rückseiten wie sie verändert wurden ursprünglich sehen wir ganz links wie es wohl sein sollte mit der werbung weil man konnte ihn wohl per mail in bekommen es gibt wohl ein paar aber nicht viele die das bekommen aber genau das ist weiß ich gar nicht so genau wie gesagt prototypen gibt es aber später haben sie das ja nicht gemacht weil es war ja gefährlich und überhaupt wurden diese ganzen mechanismen mit raus schießen in amerika stark doch zensiert auch bei transformers später hat man diese springmechanismen abgeschwächt wenn ihr wieder sehen das wurde dann überklebt dann kommt irgendwie eine andere werbeanzeige die hat sich da so ein bisschen verändert auch sehr interessant den ganzen werdegang zu sehen hier haben wir auch noch mal sachen von vorne die figuren ich weiß jetzt nicht ob es eine neue version gab hier auf jeden fall der sicherheitshinweis hier könnt ihr auch noch mal die prototyp entstehung sehen wie sich das am rücken alles so verändert hat mit dem einhaken und so auch sehr interessant überhaupt hier auch der unterschied einfach dass sie so silber mäßig ist diese linie sonst ist es ja meistens mehr so weiß grau auch interessant interessant zu sehen aber ich bin gesagt ich bin da musste müsste jetzt nicht das auch einlesen das weiß ich jetzt nicht ich schaue mir auch nur mit euch die bilder an und wir schnacken drüber ja hier haben wir auch die klassischen figuren obwohl das sind ja hier schon die bisschen neueren interpretationen wenn ich es genau sehe diese vintage erste version wie gesagt 2010 sind wir immer noch prinzessin leer sieht gar nicht so schlecht aus habe ich ja damals auch gehabt diese graf grafik sag ich schon diese bilder sind ja auch die oft von den klassischen figuren wie sie damals auch bekannt waren also ich kann mich genau erinnern dass ich die figur mal hatte ich habe leider keine der backcarts es ärgert mich eigentlich dass ich die alle weggeschmissen habe ich habe die erst aufbewahrt dann habe ich sie glaube ich entweder weitergegeben weil ich habe mich irgendwann mal von meinen ganzen star wars figuren getrennt man ist ja als kind so wie dem auch sei darst vader hier merkt man auch schon die bisschen neueren versionen denn der ist ja auch klassisch so nie rausgekommen mit den ganzen tabletten wicked auch sehr klasse habe ich auch mal gehabt als original figur hier ein soldat luke skywalker den hatte ich auch als original damals schon mit so einem stockmantel auch schon sehr sehr schön richtig schöne erinnerung wenn man sich anguckt weil ich mag dieses klassische design hier so moderner enderker skywalker jemals von revenge of the cis weitere star wars auch hier unten so attack of the clones einfach dieses klassische design das macht so viel her wahnsinn jango fett auch nicht schlecht aus hier seht ihr auch ein bisschen clone wars nicht schlecht hier haben wir auch ein paar fahrzeuge einfach gehalten hier sind also transformers das sind so die letzteren glaube ich die erschienen sind diese crossover transformers star wars wo sich die fahrzeuge eben halt in roboter verwandeln und es gab meist eine minifigur und piloten dazu hier sich jetzt kein piloten aber nicht schlecht ist nicht ganz meine linie ich habe hier ein video jetzt gemacht darüber was ich besitze aber das sind jetzt nicht so meine favoriten so side show collectibles das sind richtig coole und aber auch teure kunstwerke kann man so sagen schon artworks büsten figuren ihr seht das ja die rahmen absolut kultig und auch sehr sehr detailliert mit stoff mit ja sie werden zusammengesteckt auch meistens ich habe also mehrere schon gesehen aber wahnsinn man blätterte auch mehrere hundert euro hin sehr schönes diorama hier aus der mensch aus der jahre imperator hier eine elektra auf dem comic freitag der 13 die jo auch sehr sehr schön was haben wir hier noch brauchen auch sehr schön schön das bei der mann immer so hinbauen wahrscheinlich so ein bisschen stück von hausecke vielleicht so ein bisschen auf dem ständer flitten aus tron legacy sam flin mit dem mocker cycle hier kann man auch sehen noch mal wie das gesicht ohne helm aussieht sehr beliebt immer thomas speed shop also ein paar seiten die sich um hot wheels drehen das ist eigentlich schon tradition dass sie immer sehr viel in ihrer mitte davon zeigen schauen wir uns einfach mal an vielleicht finden wir ein paar highlights dazwischen so teilweise die neuen bisschen ältere es kommt immer darauf an wo nach die gerade ihre themengebiete legen wir sehen ja auch verschiedene arten von reichen felgen hier es ist echt wie bei echten autos das so umfangreich das gebiet so was haben wir hier alles schöne autos da war es wirklich sehr sehr schön gemacht ist auch ein sehr sehr interessantes sammelgebiet nicht meins aber ich weiß es gibt sehr sehr viele die hot wheels sammeln auch gerade in amerika ist das sehr sehr stark verbreitet ihr seht also allein hier das ist das wahnsinn was da rauskommt auch witziger wagen ist schon fast sehr futuristisch Hubschrauber gibt es auch motorrader Motorrader Snowbike Dragstar ihr seht es sehr sehr vielseitig mit hot wheels hier auch so eine holiday cars werbeanzeige es gibt auch einen eigenen thomas guide zu den hot wheels kommen wir sowas interessanten Kotobukiya das sind ja japanische ja kunstwerke so ein bisschen gemeint ja man merkt das schon so ein bisschen Mechs hier von das müsste ja hier ist pet labor in der serie und jetzt gucken was das andere sind für serien könnte auch aus pet labor sein aus dem realfilm oder realserie ein kolossus aus x-men hier haben wir auch preise gewonnen hier haben wir noch mehr figuren das sind typische mechs wie sie nur in japan vorkommen können auch sehr sehr cool und hier haben wir auch mechs aber transformers was ist denn da gerade rausgekommen der grimlock masterpiece in der us-version ihr seht einfachkeiten ich weiß dass die us-version exklusiv zuerst die krone dabei hatte was eben halt könig grimlock sozusagen dafür war aber anderes zubehör nicht dabei bei dem jedenfalls da auch verschiedene auflagen mittlerweile reveal the shield ja es war so da haben sie noch war noch im movie ja hier sehen wir auch dark of the moon das heißt es kam alles so ein bisschen in diesem rahmen das war so eine mische aus beiden klassische figuren hier versuchte man neu zu interpretieren strafe nach einem charakter von computron sozusagen von der gruppe von der technobot gruppe grebble ist ja auch ein klassiker aus g1 auch hier wieder so ein greifhaken kann man eben halt sehr sehr neu kopf ähnlich aber das war es auch eigentlich damit haben nicht viel gemeinsam locken hat ein charakter der zum ersten mal vorkam in der animated serie und irgendwie so sich dann festgesetzt hat ich habe jetzt keinen davon was haben wir hier noch ja so ein paar klassische figuren haben wir ja guten jazz der sieht nicht wirklich nach jazz aus special ops jazz starscream trail cut trail cutter anstatt trail breaker also trail breaker ist ja unser g1 ich weiß nicht ob es da eine rechte sache gab turbo tracks na gut das sieht mehr nach jazz aus muss ich sagen aber na gut nennen sie tracks prowl optimus prime megatron bumblebee ja gut ein ganz einfacher bumblebee auch kein schöner aber ich sehe hier siebtes rubbel logos da sind rubbel logos drauf nicht schlecht nicht schlecht das macht es was die core kombiners zwei gruppen das ist halt ein combiner der sich sozusagen ein roboter der also sozusagen mit fahrzeugen dann sich mit vier verbindet und einen größeren transformer bildet zwei haben wir hier einmal die konstrukte kannst um steam hammer und um grimstone die dinobots die kann man auch das schön sehen wie das so genauer aussieht hier mit dem roboter mit ihr seinen vier fahrzeugen und das ergibt dann den gesamt kombiner wenn ich hier auch mit den dinobots wie saurier und die verbinden sich dann zu diesem so ein robot kombiner gar nicht schlecht hat was aber war nicht ganz meine serie ich habe auch noch glaube ich zwei sets ich habe auch nicht einmal irgendwo gezeigt ist okay nicht dass das so was haben wir noch mal ein bisschen transformers ja ein bisschen einfach hier finde ich gar nicht so schlecht so speedboot so mini korn artigen waffen transformer auch hier noch so ein körper hat sich auch power core das hat sich nicht ganz durchgesetzt ich weiß auch nicht ob die alle bei uns in deutschland erhält ich war ich habe die nie gesehen ich habe nur diese gesamt gesehen aber davon sind auch nicht alle bei uns erschienen dann gibt es so hier dieses stealth force ist so eine verwandelt sich nicht wirklich mehr so hat was vom mask er finde ich ja so ein bisschen kanonenfahne aus aber als roboter können sich nicht verwandeln aber ich sehe auch hier hat man versucht mit dem rubel logo wieder mal zu arbeiten echt cool ist viel zu selten durchgekommen auch hier in action international das zeigt mal so ein bisschen den internationalen markt von ja wie soll ich sagen von den ja von toys und hier sehen wir ja auch doctor who figuren gut auch sehr schön detailliert also ups uk comics ich bin gegen den kamerkranken kommen damit ihr besser sehen können auch hier weitere doctor who figuren wer mit der serie vertraut ist der wird sich hier wiederfinden aber auch diese schön gemacht europäische figuren muss man ja sagen die daleks ein bisschen kenne ich das aber ich bin jetzt nicht nur der schauer so hier haben wir jetzt mal davon aus der vergangenheit das sieht jetzt nach batman spielzeug und co aus aber nicht nur so was ist damals rausgekommen ist etwas ältere sachen hier so eine fallschirmfiguren aufblasbare figuren auch interessant was es so gibt das ist das macht das magazine interessant es gibt neue figuren die demnächst kommen ältere sachen paar themen aber hier auch batman spielzeug auch sehr interessant space ist bei uns unter dem titel mode basis alpha 1 erschienen hier sind wir auch die igel raumchef auch sehr kultig flint stones wachspanne planet der affen auch sehr interessant zu sehen so hier haben wir noch mal die sie direkt schöne figuren sexy hawk batman den kenne ich jetzt nicht joker gegen batman noch hier kann man hinweis auf den thomas store wo man auch schon bestimmt einige sachen daneben bekommen konnte hier seht ihr auch noch ein paar andere magazine viele habe ich gar nicht mehr ich hatte über 100 da ist vorbei so weiter geht es ja hier sozusagen habt ihr eins verpasst bestellt es nach an magazin oder sonderhefte so was haben wir hier auch marvel figuren marvel universe auch sehr interessant x-men nicht schlecht hier so diese super hero squad diese so ein bisschen diese kleinen gedrückten figuren hier sind wir die auch besser sehen nicht ganz mein fall es gab auch von transformers welche ich glaube ich nur eine verpackung eine packung über gekauft aber die war auch nicht so das war nicht das war nicht ganz mein ding nicht schlecht so was haben wir noch weitere x-men figuren etwas detaillierte hier ist gia joe noch gia joe skydive müssen auch ein paar kommen also was aktuell so noch mal kurz zum ende des ja redaktionsschluss reingekommen jetzt haben sie noch ein bisschen was eingebaut ufc-werbung das ist ja auch so ultimate fighting championship auch kämpfer in amerika ja genauso gehypt wie wrestling dann haben wir nur noch eine werbeseite am ende von marvel helden auch sehr sehr schönes diorama kann man ja nicht anders sagen so das war ein let's view des tomat action figure digest aus dem jahre 2010 nummer 195 oder besser gesagt nummer 194 und 95 das war's für dieses mal wenn euch das gefallen hat ein like ein abo und kommentiert gerne das war's bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal